Carnet von Volkswagen. Das sind die mobilen Dienste, die nützliche Informationen online und via Smartphone in das Fahrzeug integrieren. Das Navigationsgerät nutzt die Internetverbindung geeigneter Smartphones oder eine eigene SIM-Karte. Mit dem Carnet-Dienst Guide & Inform kommen aktuelle Online-Informationen zu Verkehrslage, Wetternachrichten, Parkplätzen und Tankstellen direkt ins Auto. Aktuellste Online-Verkehrsinformationen sind sofort verfügbar und helfen, auf jede Verkehrslage flexibel zu reagieren. Mit Google Street View und Google Earth können Orte bereits vor Fahrtantritt erkundet werden. Realistische Satellitenbilder helfen beim Orientieren. Interessante Orte in der Gegend sind schnell gefunden, ob Kino, Restaurant oder Tankstelle. Guide & Inform kennt den kürzesten Weg und informiert aktuell zu Öffnungszeiten und viele mehr. Der Dienst vergleicht aktuelle Spritpreise und findet die Tankstelle in der Nähe mit dem besten Angebot. Damit Ausflüge nicht ins Wasser fallen, liefert Guide & Inform aktuelle Wetterdaten. Bei einer Kaffeepause informieren selbstgewählte Nachrichtendienste zu aktuellen Themen. Parkplatz gesucht? Kein Problem. Guide & Inform weiß, wo das nächste freie Parkhaus ist. Mit dem Carnet-Portal stehen weitere nützliche Dienste zur Verfügung, bequem vom Schreibtisch aus. Besser informiert, besser ankommen. Mit Carnet Guide & Inform von Volkswagen. Volkswagen. Das Auto.